Nachdem ich das gelesen habe, Leute, stelle ich die Blackout-Uhr bis 2030 auf eine Minute vor zwölf. Seit fünf Jahren erkläre ich, dass das Netz immer instabiler wird, unter anderem auch wegen der Energiewende oder besser wie die Energiewende umgesetzt wird. Und da sind jetzt erstmals auch die Netzbetreiber draufgekommen. Miriam König, Leiterin des Teams, Thema Systemstabilität wurde erstmals in dieser Tiefe untersucht. Und zwar in der Langfristanalyse 2030. Und daraus schauen wir uns heute mal eine Zusammenfassung an von Transnet BW. Miriam, gab es etwas, was dich überrascht hat? Es wurden Zustände gefunden, in denen bereits ein N-1-Fehler für eine Systemunterbrechung ausreichen würde. Wenn beispielsweise ein Blitz einschlagen würde, dass so eine Leitung ausfällte, dann könnte das Stromnetz außer Gleichgewicht geraten. Also ein Brownout oder vielleicht sogar Blackout. Und N-1-Sicherheit ist das Grundprinzip der deutschen Netzplanung. Und das ist nicht mehr gegeben in Zukunft. Und es gibt da drin noch mehr solcher Aussagen, wo es dir alle Zehennägel aufsteht. Es ist... Schaut es euch an, Leute. Das muss jeder gesehen haben. Also Leute, es ist unfassbar, was da alles drin steht. Ihr werdet es jetzt gleich merken. Also wie gesagt, es geht zum einen um die Langfristanalyse 2030. Die hat aber 264 Seiten. Und das schauen wir uns separat mal an. Da sind mehrere Themen drin. Wir schauen uns heute an die kurze Zusammenfassung der Newsletter von der Transnet BW. Also der Übertragungsnetzbetreiber, der für Baden-Württemberg zuständig ist. Systemstabilität heute bis 2030. Fangen wir mal an mit dem Vorwort von Dr. Werner Götz, Vorsitzender der Geschäftsführung. Das Netz muss, um klimaneutral zu werden, nicht nur ausgebaut werden, sondern auch noch betreibbar bleiben. In anderen Worten, unser System muss stabil und belastbar sein. Genau das, was ich die letzten fünf Jahre immer gesagt habe, dass die Gefahr eines Blackouts einfach steigt, weil unser Netz immer instabiler wird. Mit dem nun vorgesehenen Ausbau der erneuerbaren Energien und dem anvisierten Kohleausstieg im Jahr 2030 wird für uns Übertragungsnetzbetreiber klar, dass es mit dem Netzausbau und Umbau nicht getan ist. Das Netz muss auch noch betreibbar bleiben. Unser Netz muss stabil und belastbar sein. Er hat es dann auch zum Beispiel bedauert, dass der Wirtschaftsstabilisierungsfonds eingestellt wurde, dass also jetzt wir einfach höhere Strompreise haben, weil die Netzentgelte eben nicht mehr gefördert werden, bezuschusst werden. Und jetzt fällt halt zum ersten Mal auf, dass die Energiewende nicht umsonst oder nur für eine Kugel Eis zu haben ist. Sicherheit im dynamischen System, klimaneutral soll es werden, stabil soll es bleiben. Und ihr seht es alleine hier, habe ich schon relativ viele Punkte angemarkert. Geht also schon mal ganz krass los. Also Plan ist ja bis zu 100% erneuerbare Energien eingespeist werden. Dann tritt die Frage nach der Notwendigkeit von systemstabilisierenden Maßnahmen immer mehr in den Vordergrund. Wind- und Photovoltaikanlagen, die in den kommenden Jahren in exponentiell steigenden Zubaugeschwindigkeiten integriert werden müssen, weisen andere technische Eigenschaften aus als konventionelle Kraftwerke. Hey Farik, ist ja klar, die haben eben zum Beispiel keine momentanen Reserve in dem Sinne. Die sind nicht Netzstabilisierend, sondern die sind eher Netzdestabilisierend oder Netzfolgend, wie es so schön heißt. Die Einspeisung erfolgt über leistungselektronische Stromrichter, also ihr kennt das bei einer Photovoltaik-Balkonkraftwerk, der Wechselrichter, die nicht so zuverlässig wie die Synchrongeneratoren konventioneller Kraftwerke zur Netzstabilität beitragen können. Ganz einfach, diese großen, wie zum Beispiel in Isar 2, in so einem Atomkraftwerk, dieser Generator, der hat 600 Tonnen, der dreht sich, der hat eine Momentanreserve, eine Schwungmasse. Wenn dort irgendeine Spannungsspitze oder irgendeine Stromspitze kommt, das ist wie ein Fels in der Brandung, da kommt die Welle daher und danach ist die wieder geglättet. Die werden aber jetzt alle abgebaut, alle, weil Kohle wollen wir ja auch weg. Und nur die haben die großen Generatoren drin. Selbst Gaskraftwerke haben das nicht in der Masse. Im Netzentwicklungsplan, den gibt es also schon seit 2012, gibt es jetzt dann ein Begleitdokument, das das Systemstabilität des Netzes analysiert. Jetzt erst, Freunde. Wir haben seit vielen Jahren Energiewende. Seit fünf Jahren rede ich davon, dass das Netz instabiler wird. Und jetzt sind scheinbar auch die Übertragungsnetzbetreiber draufgekommen. Beziehungsweise, die wussten es vorher schon, es hat aber vorher einfach keine Sau interessiert. Und in der Tiefe war es denen eben vorher auch nicht klar. Und hier haben wir es wieder, werden die Übertragungsnetzbetreiber ab sofort regelmäßig einen Systemstabilisierungsbericht, Stabilitätsbericht erstellen und diese der Bundesnetzagentur zur Verfügung stellen. Das heißt, wir kriegen nicht wieder wie früher so die Leistungsbilanz direkt von Übertragungsnetzbetreiber, die so war, dass es eigentlich jeder verstanden hat, sondern es geht wieder den Umweg über die Bundesnetzagentur. Da werden halt dann aus 30 Seiten plötzlich 196 Seiten. Die liest kein Journalist mehr. Also wird es der Öffentlichkeit auch nicht bekannt gemacht, weil sich dort keiner auskennt. Hier vielleicht auch nochmal etwas, das viele immer vergessen, dass der Kohleausstieg eigentlich erst 2020 in Kraft trat. Das heißt, viele sagen immer, die Übertragungsnetzbetreiber hätten ja schon viel früher Netze bauen können. Bei denen konnte sich halt keiner vorstellen, dass wir neben dem Atomausstieg auch noch gleichzeitig voller Wahnsinn den Kohleausstieg machen. Beides zusammen. Und erst jetzt sind diese Netze überhaupt nötig. Nur die sind halt nicht zack gebaut, sondern das dauert viele, viele Jahre zur Planung, zur Genehmigung und dann auch zum Bauen. Du brauchst das Personal dafür, für die Planung, für die Genehmigung etc. Das war ja in dem Sinne vorher gar nicht so dramatisch notwendig, sondern erst seit wenigen Jahren. Wird immer gern vergessen. Und diese Netzanalyse befasst sich mit verschiedenen Aspekten wie Netzengpässen, also Redispatch zum Beispiel, Frequenz- und Spannungserhaltung, sowie die Gewährleistung eines sicheren Versorgungswiederaufbaus nach möglichen Ausfällen. Also es wäre zum ersten Mal auch die Schwarzstadt wieder in den Blick genommen, könnte der überhaupt funktionieren. Weil bis jetzt war es so, dass die kleinen Kraftwerke dann zum Beispiel so etwas wie Atomkraftwerke, Kohlekraftwerke hochgefahren haben und von dort wurde der Netzwiederaufbau gewährleistet. Das sollen wir aber nach dem Jahr 2030 alle nicht mehr haben. Und da es jetzt das Ziel eben gibt, Kohleausstieg bereits 2030, was meines Erachtens völlig illusorisch ist, wird es auch hier jetzt gleich sein, haben wir eben jetzt angefordert, das auch mal wirklich durchzurechnen, ob das auch überhaupt funktionieren kann. Wahnsinn, jetzt erst, jetzt ist es 2024. Wir müssen also sehr viele Sachen machen, um das Netz überhaupt, ich habe ja das schon mal erklärt mit den Integrationskosten von Wind- und Solarstrom, weil die einfach nicht gleichmäßig dann liefern, wenn wir das brauchen, sondern die liefern halt, ich sage es jetzt übertrieben, wenn die gerade Bock drauf haben, also wenn halt gerade die Sonne scheint, wenn halt gerade der Wind geht. Und das sind übrigens Kosten, die ich noch gar nicht mit eingerechnet habe, die jetzt dann noch zusätzlich auf uns zukommen. Wir begeben uns jetzt auf die Suche nach alternativen Lösungen zur temporären Blindleistungsbereitstellung. Jetzt begeben wir uns auf die Suche, in sechs Jahren soll es umgebaut sein. Ihr wisst, alles zu bauen, planen, prüfen, ob es geht, dauert immer eine gewisse Zeit. Und es heißt dann auch, die durchgeführte Stabilitätsanalyse verdeutlicht den dringenden Handlungsbedarf für einen sicheren Netzbetrieb. Kommen wir jetzt zu diesem sehr bemerkenswerten Interview von Miriam König. Die hat also auch schon die Winteranalyse vom Habeck damals, die kennt ihr ja noch, geleitet. Und jetzt analysiert sie mit ihrem Team das Gesamtverhalten im Höchstspannungsnetz. Die haben sich also aus den vier Übertragungsnetzbetreiber zusammengefunden, dass quasi nicht nur jeder für sich das gemacht, sondern auch das Zusammenspiel untereinander untersucht wird. Und hier ist halt einfach das Krasse, daraus ist die Langfristanalyse 2030 entstanden und das Thema Systemstabilität wurde erstmals, Freunde, erstmals in dieser Tiefe untersucht. Das heißt, bis jetzt wussten selbst die Übertragungsnetzbetreiber nicht, ob es zum Beispiel bei Blindleistung, bei momentanen Reserven überhaupt funktioniert oder nicht. Das wurde jetzt untersucht. Ende 2023, Anfang 2024. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Wie lange haben wir schon Energiewende? Jetzt wurde es erstmals untersucht. Gab es etwas, was dich überrascht hat? Es wurden Zustände gefunden, in denen bereits ein N-1 Fehler. Das sind jetzt zum Beispiel mal die Höchstspannungsleitungen in Deutschland. Und N-1 bedeutet, wenn hier zum Beispiel die Leitung ausfallen würde, dann würde halt der Strom über die anderen Leitungen weitergeleitet werden. N-1 bedeutet, zu jedem Punkt gehen immer mindestens zwei Leitungen, sodass wenn eine ausfällt, dass das kein großes Problem ist. Und jetzt würde bereits ein N-1 Fehler für eine Systemunterbrechung, einem Blackout, Braunout, je nachdem, ausreichen. Das heißt, wenn zum Beispiel ein Blitz einschlagen würde, das kann ja durchaus passieren, dass so eine Leitung ausfällt, dann könnte das Stromnetz außer Gleichgewicht geraten zu einem Blackout. Das ist schon beachtlich. Beachtlich ist vielleicht nicht das richtige Wort, Miriam. Das ist dramatisch, würde ich das dazu nennen. Das Netz wäre somit nicht mehr N-1 sicher, dabei ist die N-1 Sicherheit ein Grundprinzip der deutschen Netzplanung. Und das Positive, und das hat auch die Politik wahrgenommen, Naja, besonders aufgefallen ist uns, dass vor allem im Norden, wo die großen Wind-Offshore-Anlagen angeschlossen sind, aber das Netz weniger engmaschig als im Süden ist, die Stabilität des Netzes gefährdet ist. Also es ist nicht Bayern-Baden-Württemberg gefährdet, Freunde. Da oben, die sind gefährdet. Ihr seht es also, hier gibt es eine Linie, das da oben haben die gefährdeten Gebiete, das da unten haben die weniger gefährdeten Gebiete. Einige N-1-Fehlerfälle mit konzeptgemäßer Fehlererklärungszeit und kritischen Fehlern in den örtlässlichen Gruppen könnten nicht sicher beherrscht werden. Und ihr seht es, hier geht es also rechts nach Sekunden. Hier haben wir zuerst 400.000 Volt und dann plötzlich geht es runter auf unter 100.000 und dann kommt gar nichts mehr. Während hier, wenn das Gleiche hier im Süden passiert, gibt es einen kurzen Einbruch und dann läuft das Ganze weiter. Also tatsächlich gefährdet ist der Norden, Freunde. Warum? Weil es da einfach so viel Windkraft gibt. Das Ergebnis zeigt vor allem, dass wir so bald wie möglich insbesondere auf Anlagen setzen sollten, die eine netzbildende Eigenschaft haben, also sogenanntes Grid-Farming. Denn durch den Verlust von konventionellen Erzeugungsanlagen fallen auch deren systemstabilisierenden Betriebsmittel weg. Bis jetzt war es so, der Motor ist hier mit 50 Hertz gelaufen, 3000 Drehungen, er gab genau 50 Hertz und das war die Konstante im Netz. Und damit haben sich alle Windräder, alle Solar, alle anderen, haben sich an diese Kraftwerke angepasst von der Netzfrequenz. Ihr wisst ja, dieser Netzsinus und den haben die erzeugt. Stabil. Und die fallen weg. Und jetzt muss den jemand erzeugen. Das kann aber weder eine Windanlage noch eine Solaranlage. Die müssen das jetzt erst mal lernen. Schauen wir uns einfach mal dran. Grid-Farming erklärt uns nicht, bei wem wir einen kurzen Video, das wir uns zum Teil mal anschauen. Wir erklären, wie wichtig die Grid-Farming-Eigenschaft ist und warum ohne sie die Energiewende nicht gelingt. Grid-Farming ist grundsätzlich nichts Neues. Es beschreibt, wie eine Erzeugungsanlage mit dem Stromnetz zusammenarbeitet. Diese Eigenschaft ist essentiell für den stabilen Netzbetrieb und ermöglicht diesen überhaupt erst. Da derzeit jedoch ausschließlich Synchrongeneratoren diese Eigenschaft besitzen, benötigen wir auch heute noch Großkraftwerke. Vielleicht ein wichtiger Punkt, wir benötigen auch heute noch Großkraftwerke. Das heißt ja immer von manchen Professoren, wir könnten sofort alles abschütten. Allein aus diesem Grund, wegen der Grid-Farming, wegen der Netzformung, also wegen, dass die Netzfrequenz da ist, dass die Blindenleistung, es geht nicht ohne Großkraftwerke. So simpel ist das Ganze. Deswegen laufen auch immer noch welche mit, auch wenn Wind und Solar genug Strom produzieren würden. Aber das verstehen halt viele nicht. Diese Synchrongeneratoren sind die Schnittstelle zwischen der erzeugten Turbinenleistung und dem elektrischen Netz. In Folge der Energiewende werden diese aber zunehmend durch erneuerbare Energien wie Windenergie- und Photovoltaikanlagen ersetzt. Die Schnittstelle zwischen den erneuerbaren Energien und dem elektrischen Netz sind überwiegend Wechselrichter. Diese verfügen jedoch nicht über die Grid-Forming-Eigenschaft, sondern hängen sich in ein vorhandenes Netz ein. Sie folgen also diesem Netz und werden daher auch Grid-Following genannt. Ganz wichtig, also die Wechselrichter, die ihr daheim habt, können das alle nicht. Keiner von denen. Und auch von den großen Anlagen kennen, gibt es ein paar wenige, die jetzt gerade in der Testphase sind. Und auch hier muss man natürlich sagen, was bringt mir das bei Solar, wenn in der Nacht halt einfach keine Sonne scheint und die nichts produzieren. Ein Netzbetrieb mit ausschließlich Grid-Following ist nicht möglich. Veranschaulichen wir das Ganze am Beispiel einer Hängebrücke. Die Grid-Forming-Eigenschaft symbolisiert die Dicke der Seile und somit die Stabilität der Brücke. Diese ist also ein Maß für die Widerstandsfähigkeit gegenüber Störungen und bestimmt letztlich, wie viele LKWs die Brücke aufnehmen kann. Je mehr LKWs hinzukommen und je geringer die Unterstützung durch die Seile, desto mehr neigt die Brücke zu unerwünschten Schwankungen. Genau das ist das, was quasi durch den Wind- und Solarstrom jetzt passiert. Es gibt immer mehr quasi Schwankungen da drinnen und unser Netz wird immer instabiler. Das ist das, was ich immer gesagt habe. Wir haben das instabilste Stromnetz, das dieses Land seit, keine Ahnung, 50 Jahren hatte. Ein Netzbetrieb mit 100% erneuerbaren Energien ohne jegliche konventionelle Kraftwerke ist unter diesen Umständen aber derzeit noch nicht möglich. 100% sind nicht möglich. Hier von den Übertragungsnetzbetreibern. Die Technik muss erst entwickelt werden. Die Lösung ist simpel. Die Wechselrichter müssen die essentielle Grid-Forming-Eigenschaft übernehmen. Das erhält zum einen auch in Zukunft den stabilen Netzbetrieb. Zum anderen ermöglichen Wechselrichter mit der Grid-Forming-Eigenschaft eine Stromerzeugung mit 100% CO2-neutralen erneuerbaren Energien. Super! Das ist vor allem richtig super, wenn dann gerade eine Dunkelflut ist. Das heißt, es ist vielleicht Nacht, es geht gerade kein Wind und diese beiden Anlagen wie Wind und Solar bringen es nichts. Dann bringt auch der Wechselrichter kein Grid-Forming zusammen. Ja, wie funktioniert das dann im Netz? Dazu gibt es dann zum Beispiel Stadtkomm-Anlagen etc. Dazu kommt aber dann ein eigenes Video, das wird hier jetzt zu weit führen. Das Systemverhalten muss sich also zügig massiv ändern, um die erneuerbaren Energien zu integrieren. Kennst du das Wort integrieren? Ins Stromnetz? Wie ich das auch gesagt habe. Interessant. Wir befinden uns in der zweiten Stufe der Energiewende. Wir sind mittendrin in einem Wandel von einem Synchronmaschinen-basierten zu einem Umrichter-basierten System. Synchrongeneratoren befinden sich in den bisherigen konventionellen Kraftwerken. Umrichter befinden sich in den erneuerbaren Energien- und Stadtkommanlagen bei Elektrolyseuren und Batteriespeichern. Sie müssen schon morgen zur Systemstabilisierung beitragen. Sie können es aber noch nicht einmal. Reichen die aktuellen Maßnahmen aus deiner Sicht mit Blick auf 2030 aus? Nein! Wir müssen jetzt handeln. EU-Grid-Codes umschreiben, damit die Anlagen grid-forming lernen. Voraussichtlich wird das allerdings bis 2027 erstmal fertiggestellt. Aber wir bräuchten es eigentlich dann schon lange. Und 2030 sollte ja die Kohle alle wegfallen. Dann müssten die das alle können. Aber bis 2027 wird es erstmal entwickelt. Dann haben wir ein paar Jahre nur Zeit, um das umzubauen. Wie soll denn das gehen, Freunde? Das funktioniert nicht. Wir brauchen ein neues Bewusstsein für die Kritikalität der Systemstabilität. Je nachdem, ob wir hier die richtigen Maßnahmen ergreifen oder nicht, steht und fällt die Energiewende. Denn Leute, eins ist klar. Gibt es den ersten mehrerer Welt-Tage-Dauenden Blackout oder Braunout in Deutschland, dann ist die Energiewende in Schichte. Weil dann interessiert das keine Sau mehr. Die Leute wollen ihren Strom haben. Und damit schwenkt das Ganze um. Dann werden Atomkraftwerke wieder aufgemacht, Kohlekraftwerke wieder aufgemacht. Und die Energiewende gibt es dann nicht mehr. Genau das ist die Gefahr dabei. Was hier jetzt zum ersten Mal zum Beispiel mit drin ist, wir haben uns bis jetzt über die Frequenz unterhalten. Aber nie über die Spannung, also über die Volt quasi, die da drin sind. Für ein stabiles Stromnetz ist die Aufrechterhaltung einer konstanten Spannung durch die Bereitstellung von sogenannter Blindleistung entscheidend. Was das genau ist, erkläre ich dann in dem nächsten Video. Im Endeffekt ist diese Blindleistung, die siehst du nicht, aber die macht dieses Magnetfeld innen drin, damit die Spannung überhaupt transportiert werden kann. Also ohne die funktioniert einfach nichts. Aber wie gesagt, das ist ein eigenes Thema. Andernfalls können sowohl große Industrieanlagen als auch kleine Haushaltsgeräte Schaden nehmen. Die gehen einfach kaputt, wenn da mal zu viel Spannung reingeht. Vielleicht auch zu wenig. Bisher wurden die Synchrongeneratoren großer Kraftwerke zur Erzeugung von Blindleistung genutzt. Mit der Energiewende verändert sich jedoch die Art der Energieerzeugung durch nicht steuerbare, nicht steuerbare, wir wissen nicht, was die an Strom bringen, wir können es nur schätzen, erneuerbare Energienanlage, was die Übertragungsnetzbetreiber vor neue Herausforderungen bei der Spannungserhaltung stellt. Dann haben sie natürlich auch die Netzfrequenz, die haben wir ja schon in vielen Videos durchgegangen. Die Frequenz ist halt 50 Hertz, die darf weder unterschritten noch überschritten werden. Und um die zu regulieren, brauche ich halt einfach Momentanreserve, also die das Ganze quasi richtet. Und die bauen wir ja gerade ab. Auch hier sollen schnell hoch- und herunterfahrbare Kraftwerke zum Einsatz kommen, die von der Hauptschaltleitung Wendling gesteigert werden. Mit zunehmender Volatität durch erneuerbare Energien, also desto mehr Wind und Solarmier kriegen, desto unberechenbarer wird das Netz. Und das ist hier mit zunehmender Volatilität gemeint. Durch erneuerbare Energien wird die schnelle Verfügbarkeit der Momentanreserve jedoch immer unsicherer. Deswegen haben wir auch solche Frequenzschwankungen mittlerweile. Deswegen haben wir auch so viele Redispatch-Maßnahmen mittlerweile bei über 15.000 für das Jahr 2023. Das ist genau der Grund. Und hier wurde auch mal die transiente Stabilität angeschaut. Also, steht die da. Aufrechterhaltung der Netzstabilität nach plötzlich Veränderungen oder Störungen im Netz, beispielsweise nach Stromausfall oder einem Kurzschluss. Also können wir unser Netz wieder aufbauen? Ist es schwarzstartfähig? Um es mal so zu sagen. Auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Auch die Länge der Übertragungswege und ihre Auslastung spielen eine Ronne. Ähnlich einem Faden, der reißt, wenn er an beiden Enden zu straff gezogen wird, kann das Stromnetz instabil werden, wenn die Übertragungsleitungen zu lang sind und die Belastung zu hoch. Und was bauen wir gerade? Leitungen, die den Strom aus der Nordsee zum Beispiel nach München bringen. Das ist genau damit gemeint. Das ist die nächste große Gefahr dabei. Und hier steht es also ganz klar drin, ein stabiler Stromnetzbetrieb mit ausschließlich Grid-Following-Anlagen, also die dem Netz folgen, Wechselrichter, die wir im Windrad drin haben, die wir zum Beispiel in Solaranlagen drin haben. Ein stabiler Stromnetzbetrieb mit ausschließlich Grid-Following-Anlagen ist technisch nicht möglich, Freunde. 100% Erneuerbare sind zum aktuellen Stand nicht möglich, weil uns diese Technik derzeit, die ist gerade in der Entwicklung, die wird auch kommen, aber aktuell haben wir sie halt noch nicht. Bislang sind nur wenige davon am Netz angeschlossen und folglich haben sie derzeit noch Pilot-Charakter. Also es gibt das Ganze noch nicht. Es ist daher notwendig, diese Stromrichter schrittweise in das Netz zu integrieren und praktische Erfahrungen zu sammeln. Also wir wissen gar nicht, ob das überhaupt funktioniert. Wir müssen da erst Erfahrungen sammeln. Der Einsatz von Stromrichtern mit netzstabilisierten Eigenschaften mag entsprechend auch anspruchsvoll und kostenintensiv sein. Die Kugel Eis wird immer dicker mit Gold überzogen. Also Leute, ich glaube, wir haben jetzt gerade sehr deutlich gezeigt bekommen, dass die Energiewende, so wie wir die machen, derzeit überhaupt nicht funktioniert. Und dass es zu einem Blackout, Brownout kommen muss. Und zwar nicht nur wegen der Frequenz, die wir bis jetzt immer betrachtet haben, sondern auch wegen der momentanen Reserve, der Blindleistung, dem Wiederanfahren nach einem Schwarzstart. All diese Dinge müssen noch passen. Da muss die Technik dafür noch entwickelt werden. Da muss die Technik gebaut werden. Da muss die Technik eingebaut werden. Und dann muss sie auch noch funktionieren, damit das alles funktioniert. Und das soll jetzt in sechs Jahren passieren. In nicht mehr mehr sechs Jahren. Wie das gehen soll? Woher das Personal dafür kommt? Woher das Geld dafür kommt? Ich weiß es nicht. Wenn es jemand weiß, gerne ab in die Kommentare. Kanal abonnieren, Freunde, denn wir schauen uns das natürlich noch viel, viel detaillierter an. In der Rangfristanalyse, da stehen da noch Sachen drin, da schlackerst du nur noch mit den Ohren. Da ist zum Beispiel mal ganz cool, diese Netzauftrennung, die wir 2006 hatten. Ihr könnt euch noch erinnern, fast Blackout wegen eines Kreuzfahrtschiffes. Die wird mal analysiert, was in Zukunft da passieren würde. Und das ist das, was ich immer gesagt habe. Wenn sowas nochmal passieren würde, es würde unser Netz in den Zusammenbruch bringen. Das wird hier untersucht. Und das Ergebnis zeige ich euch dann. Das Fazit der Stabilitätsanalyse. Und jetzt bin ich erst auf Seite 42. Ohne weiteren Maßnahmen ist die Systemstabilität in unterstellten Szenario 2030 gefährdet. Bah. Krass, oder? Blackout steht für die Zukunft auf eine Minute vor zwölf. Bereitet es euch vor. Es kann schneller passieren, als uns das lieb ist. Und ihr wisst ja, wer es geschafft hat, sich vorzubereiten, ist vorbereitet, es zu schaffen. In dem Sinne, bis zum nächsten Video. Euer Stefan von Atakimga. Gefährt euch!